Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Frühling, heißersehnt an der Hart, dem Ostrand des Pfälzer Waldes. Bahnfreunde wenden ihre Augen aber ab von den Kirschbäumen und hinunter in die Ebene. Zwischen Rhein und Hart sehen die Gleise aus, als wären sie mit dem Lineal gezogen. Hier kann die Straßenbahn durchstarten und zur Eisenbahn werden. Freie Fahrt für die 4A, bekannt als Rhein-Hartbahn. Anfang März in Mannheim. Martin Schreider ist für die Fahrt nach Bad Dürkheim eingeteilt. Hallo, alles gut. Gute Fahrt. Die Straßenbahnlinie 4A beginnt an der Haltestelle Käfertaler Wald im Osten von Mannheim. Über den Neckar rüber geht es ins Getümmel der Großstadt. Die 4A gehört zu den Straßenbahnen der RNV. Die Rhein-Neckar Verkehr GmbH betreibt, so sagt sie selbst, Deutschlands größtes Meterspurnetz. Über den Rhein rüber nach Ludwigshafen. Die 4A verbindet Baden-Württemberg mit Rheinland-Pfalz. Im Jahr befördert sie gut zwei Millionen Menschen. Aus dem alltäglichen Leben ist sie nicht wegzudenken. Ab Oggersheim fährt die Straßenbahn nach den Richtlinien der Eisenbahn. Hier beginnt die Stammstrecke der Rhein-Hartbahn. Über 100 Jahre ist sie alt. Der Wintereinbruch im März lässt den Fahrer kalt. Ich sage immer auf der Eisenbahn, es ist ein sicheres Gefühl. Wir fahren nach Signalordnungen, wir können ein paar Kilometer fahren, müssen nicht ständig anhalten. Wie in der Innenstadt haben wir ja ständig Haltestellen. Das ist schon ein bisschen entspannter. Ich bin jetzt überrascht, dass es heute noch mal angefangen hat zu schneiden. Ich finde einfach diese Landschaft, die man hier durchfährt, ist einfach wunderschön. Bei jeder Jahreszeit hat diese Strecke ihren eigenen Reiz. Seit, sage ich mal gut, fast 30 Jahren bin ich hier unterwegs. Und ich könnte mir einfach überhaupt nicht mehr vorstellen, die Strecke nicht mehr zu fahren. Sie gleicht einer Überlandstraßenbahn. Von Oggersheim führt die 4a über Maxdorf, Fußgönheim und Ellerstadt in die Kur- und Weinstadt Bad Dürkheim. Nach Bad Dürkheim lockt heute vor allem der Wein. Immer im März lädt die Stadt zum Weinbergsglühen ein. Erst glüht der Schnee und dann der Kopf. Lauter vernünftige Weintrinker. So voll ist es sonst nur beim Wurstmarkt im Herbst. Sehen Sie bitte mal zur Front. Schauen Sie mal nach. Vielleicht steht jemand zu dicht an der Tür oder in der Lichtschranke. Vielen Dank. Mit zusätzlichen Bahnen versucht die RNV dem Andrang gerecht zu werden. Gegen Mitternacht hoffnungslos. Eine Bitte an die Fahrgäste. Sind Sie so freundlich. Erklämen Sie sich bitte nicht an die Türen. Ich wiederhole bitte, nicht an die Türen anlehnen. Und vielen Dank. Warum ich mir das hier antue, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz. Irgendwie muss man einkommen. Es ist besser, als sich jetzt ins Auto zu setzen. Was der eine oder andere bestimmt auch heute Abend machte. Deswegen lieber Bahn fahren und gute Ausbildung. Spaß macht es nicht, aber was ist die Alternative? Gerade wenn es voll ist, dann lernt man immer Leute kennen. Das ist eine richtige Pfälzer Kulturart hier, so eine Bahnfahrt. Zurück am Mannheimer Hauptbahnhof. Hier entspannt sich die Lage. Ja, also ordnet sich was los heute. Und morgen ist ein neuer Tag. Fahren macht immer Spaß. Und so sieht der nächste Tag aus. Ja, der Martin, grüß dich. Deine Ablösung ist da. Martin Schreider ist heute nicht als Fahrer unterwegs. Er arbeitet als Verkehrsmeister unter dem Ludwigshafener Rathaus. Früher fuhr auch hier die Bahn nach Bad Dürkheim. Seit zehn Jahren wird das Rathaus nicht mehr angefahren. Die Gleise im zweiten Untergeschoss sind stillgelegt. Nur Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe bekommen das hier noch zu Gesicht. Doch nicht mehr lange, denn das Stellwerk wird bald verlegt. Noch ist für den Ludwigshafener Hauptbahnhof ein altes Drucktastenstellwerk im Einsatz. Fahrstross liegt hier drauf, ne? Fahrstross ist drin. Wenn es an dem Signal ist, ja. Heute geht es gleich mit einer Signalstörung los. Sie müssen eine Bahn umleiten. Wagen 5643, Stellwerk Ludwigshafen hört. Guten Tag. 5643, guten Tag. Am Signal 811 bei A0. Ja, am Signal 811 achten Sie bitte auf ZS1. Wir haben im Moment eine Störung. Bitte einen kleinen Moment. So einfach geht es nicht. Der Bereitschaftsdienst muss kommen. Wir bräuchten deine Hilfe. Wir haben eine Belegung an Kreuze 1. Geht nicht raus. Kreuzung 1, Hauptbahnhof. Ich habe zuletzt hier einen Dienst gehabt. Da habe ich überhaupt keine Störung gehabt am alten Stellwerk, am Drucktastenstellwerk. Aber es kommt halt auch mal vor. Es kann auch wetterbedingt mal sein oder was. Irgendwas am Gleis, ja. Da ist ein Schienenbruch oder irgendwas. Und dann kommt natürlich so eine Störung mal vor. Und deshalb sind wir ja auch da, dass wir eingreifen können. Jawohl, 2.208 im Moment geschehen. Jede Bedienung, die ich hier vorgenommen habe, wird hier gezählt. Und also hier ist alles auf die Sicherheit ausgelegt und wird auch alles dokumentiert mit Zählwerken, im Stellwerk, in der Bahn. Also wenn jetzt irgendjemand einen Fehler machen würde, könnte man das sehr gut nachvollziehen. Auch die Stammstrecke der Rheinhardbahn von Oggersheim nach Bad Dürkheim wird von Ludwigshafen überwacht. Zeitgemäß per Mausklick und Videobild. Ein Sprung ans Ende der Strecke. Früher musste jemand in Bad Dürkheim Ostdienst schieben. Das Stellwerk dort wird jetzt nicht mehr gebraucht. Die Wagenhalle aber schon. Ein Ausflug in die 60er Jahre. Damals wurde der Triebwagen 1017 gebaut. Als junger Fahrer ist Martin Schreider mit ihm unterwegs gewesen. Früher hatten wir an den Endstellen überall so Sandbehältnisse, wo dieser Bremssand drin war. Und die Fahrer, wir waren ja alle dann selbst verantwortlich, dass immer genügend Sand im Fahrzeug war. Und wenn die Fahrgäste an der Endstelle eingestiegen sind und ich kam dann mit diesem Sandbehälter, um aufzufüllen, dann haben die Leute ganz skeptisch geguckt und ganz verwundert. Und haben gefragt, was machen sie da? Und dann habe ich dann gesagt, ich fülle Sand nach. Und für was Sand? Zum Bremsen. Und ja, also kamen erstaunte Gesichter. Also haben es viele gar nicht glauben können, dass eine Straßenbahn Sand braucht. Beim Anfahren, wenn es zum Beispiel anfängt zu regnen im Herbst beim Laub, sind die Schienen sehr schmierig. Und da ist es unheimlich wichtig, dass wir genügend Sand haben. Bei der neuen Bahn ist es, ich habe einen ganz kleinen Knopf, die Bahn macht es auch automatisch bei der neuen Bahn. Ja, wenn die Bahn merkt, sie kommt ins Schleudern, dann fällt da automatisch Sand. Aber hier muss ich noch alles selbst machen. Man hört es dann auch manchmal am Fahrgeräusch. Oh, eben merke ich, die Bahn kommt ins Rutschen. Und dann kann ich hier Sandpetal betätigen. Und solange ich dieses Sandpetal betätige, öffnet sich unten eine Klappe. Und dieser Sand fällt also durch ein Sandrohr direkt vor das Rad. Früher hat er auch selbst Fahrkarten verkauft. Ich habe hier einen ganz anderen Kontakt zu den Fahrgästen gehabt. Ich war nicht so eingeschlossen, hier war alles offener. Und die Leute sind ja direkt hier eingestiegen. Und man hat gewusst, um die in die Uhrzeit steigt der Herr Sohn so ein. Und die Leute haben dann auch oft gesagt, ich habe jetzt zwei, drei Wochen Urlaub. Sie brauchen nicht auf mich zu warten. Die haben also auch ihren Sitzplatz gehabt sozusagen. Die haben sich da immer hingesetzt, die haben sich wohl gefühlt. Die sind mit der Bahn immer nach Hause gefahren. Und hat auch schon dann ein Herr dann gesagt, der Herr Sohn so kommt heute nicht. Der ist beim Arzt. Ja, also da war wirklich ein Kontakt da, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Aber es war eine sehr schöne Zeit. Heutzutage kommt der Düwag-Triebwagen nur noch bei Sonderfahrten zum Einsatz. 1017 gehört der RNV. Alle anderen Triebwagen der Rhein-Hard-Bahn aus dieser Zeit sind abgestellt, verkauft oder verschrottet. Die Bahnfreunde und die Interessensgemeinschaft Nahverkehr dürfen 1017 gelegentlich nutzen. Zur Freude der Hobbyfotografen in den Vereinen. Klaus Röckner hat so seine Kontakte und organisiert die Fahrten für die Eisenbahnromantik. Den Regelbetrieb darf er nicht durcheinander bringen. Besetzt. Oh jei. Die Mailbox vom Thomas. Was ruf ich jetzt noch an? Thomas? Wie sieht's denn aus bei euch da unten? Pass mal auf, ihr fahrt bitte Stirn an Stirn parallel hoch. Der Feuerberg. Und bevor die Linkskurve kommt, der 1017 bisschen langsamer machen, damit der N8 schon komplett überholen kann. Aber nicht stehen bleiben, sondern einfach mit langsamer weiterfahren. Eine Parallelfahrt. Das Highlight des Tages. Der Sixty stammt ebenfalls aus den 60ern, ist aber kein Triebwagen der Rhein-Hard-Bahn. Die RNV vermietet ihn. Und so kommt auch er schon mal nach Bad Dürkheim. Die einen haben die Leisebahn zum Spiel, wir haben die Rhein-Hard-Bahn zum Spiel. Wir können praktisch selber bestimmen, was wir fahren wollen. Die Idee, was wir haben, wird dann bei der RNV vorgetragen. Und wenn die sagen, okay, das können wir machen, dann machen wir das. Und dann spielen wir mit der Eisenbahn. Die Leute müssen halt auch mitmachen. Manche sagen, was holt ihr wieder? Die Eisenbahnfreunde wieder kommen. Oder der Kasperles-Zug ist wieder unterwegs und die Eisenbahnfreunde. Aber im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden und das klappt auch meistens. Und der Aufwand, ja, ja, es geht. Noch eine Zugabe hat Klaus Rückner auf Lager. Die Diesellok V01. Er hat sie nach Bad Dürkheim geschickt. Das ist ein einmaliges Bild und das kriegt man eigentlich so gut wie nie. Deswegen hoffe ich, dass kein Auto kommt. Werden wir dann sehen. Wenn nicht fluchig, laut Start. Lok und Kirche sollen gemeinsam ins Bild. Jetzt kommt erstmal die Bahn, die kann man schon mal fotografieren. Ein Testbild machen. Natürlich mit Auto. So soll das dann nicht aussehen. Die Diesellok ist von 1955, wird aber teilweise noch zum Abschleppen von Fahrzeugen verwendet. Na also. Weit und breit kein Auto in Sicht. Was aber noch lange nichts darüber aussagt, ob der Fotograf mit dem Ergebnis zufrieden ist. Sehr zufrieden. Hat sich gelohnt, in der Kälte rumzustehen. Auch hier sind Vereinsleute aktiv. Holger Blaul sammelt, was er von der Rheinhardbahn finden kann. Nach einem Schlaganfall ist er gehandicapt, doch die Leidenschaft nicht eingeschränkt. Seine Freunde unterstützen ihn, wo sie können. Das kann man hier bedienen. Mit dem Schalter 7 kannst du das Zielband einschalten. Dann die Nummer 12. Die Lampen, die sind die 14. Wenn du Fahrgastwunsch drückst, dann müsste das an die Lampen angehen. Drück doch den Knopf. Du musst Fahrgastwunsch drücken. Unten? Oder eben was? Nee, Tür öffnen musst du machen. Tür öffnen. Und da ist noch eine zweite Taste, wo du später die ... ... Haltewunsch machen kannst. Ja, genau. Jetzt noch mal. Ich hab das alles gesammelt, eigentlich für ein Museum später mal. Daher hab ich das erst mal hier, sagen wir mal, in Anführungszeichen gebunkert. Um das der Nachwelt zu erhalten. Und hab über die Jahre halt immer wieder Stückchen für Stückchen aufgearbeitet. Hier haben wir ein ganzes Regal, die verschiedenen Straßenbahnkupplungen. Da haben wir einmal hier die Kompaktkupplung. Die ist bei vielen Straßenbahnen betrieben das Übliche. Hier haben wir ein Schweizer Modell. Das sieht sehr klobig aus. Ist aber in der Schweiz die Standardautomatische Kupplung. Und wir haben die Scharfenbergkupplung automatisch hier oben. Das ist heute allerdings auch die Standardkupplung bei der Bundesbahn für die modernen Triebwagen plus in schwererer Ausführung. Ganz unten haben wir das älteste Modell. Da haben wir eine primitive Trichterkupplung, die aus den ersten Zeiten der Straßenbahnkupplung überhaupt stammt. Das hat sich allerdings sehr lange gehalten, weil sie eben sehr robust und einfach ist. Aber auch sehr unfallträchtig beim Kuppeln. Man kann nur mit dem Kopf schütteln und sich wundern, was man nicht alles sammeln kann. Das schauen Sie genau hin. Wie sorgfältig alles zusammengetragen und zurechtgelegt, die sortiert. Sie können Schubladen aufmachen, wie Sie wollen. Dass alles in einer Sorte abgelegt ist, faszinierend wie im Magazin. Kurz und knapp. Alles, was der Holger gemacht hat, ist einfach zu bewundern. Bücher hat er veröffentlicht, die Geschichte der Rheinhardbahn aufwendig bebildert. Mehr als 100 Jahre ist es her, dass die Strecke eingeweiht wurde. Die Bevölkerung freute sich über die Verbindung zwischen der Kurstadt Bad Dürkheim und der Großstadt Mannheim. Und Holger Blaul freut sich, den Triebwagen 1122 gerettet zu haben. Den Oldtimer von 1939 besitzt jetzt der Verein. Das Problem ist, dass wir neuen Stromabnehmer bräuchten. Der ist ins Alter gekommen und zeigt Verschleißerscheinungen. Ja, erhebliche. Und der beste Vorschlag wäre, den mit Holger aus dem Museum zu tauschen. Die Pläne aus den 30er Jahren waren hilfreich, als die Männer anfingen, den Wagen zu sanieren. Es war für mich ein Kindheitstraum, dass dieser Wagen mal hier fährt. Und mit den beiden Kollegen konnte ich es verwickeln. Wir haben manchmal Schwierigkeiten gehabt und wir haben uns durchkämpfen müssen. Wir mussten uns in die ganze Mechanik erstmal reindenken, aufgrund der wenigen Zeichnungen, die da waren. Wie ist das Bremsgestänge aufgebaut? Wie funktioniert das überhaupt? Das mussten wir uns alles selber aneignen. Es gab ja keinen mehr, der das wusste von früher. Die waren ja längst in Rente oder schon nicht mehr auf der Erde. Bei der Elektrik haben wir uns, sagen wir mal, irgendwie doch schwergetan. Die hat zwei Jahre gedauert. Die ganzen neuen Komponenten in den Wagen zu integrieren, dass sie möglichst wenig auffallen. Das war die größte Herausforderung eigentlich. Wenn man ein Hobby hat, dann fängt man was an. Und wenn man angefangen hat, will man nicht mehr aufhören. Da ist ein bisschen Ehrgeiz drin, ja. Wenn ich körperlich wieder kann, habe ich schon Pläne. Aber das weiß ich ja nicht, dass ich nicht spiele. Ellerstadt. Auf der Strecke zwischen Oggersheim und Bad Dürkheim gibt es nur diese eine Ortsdurchfahrt. Ellerstadt ist eine Ausnahme, ist noch eine eingleisige Strecke. Hier fährt man langsam, vorsichtig und nimmt auch zum Teil auf die Anwohner und die Autofahrer Rücksicht. Das kriegen wir so gelernt in der Fahrschule. Das muss man. Das macht doch nichts. Da gehst du auf eins und wieder zurück. Erst als Rentner haben die beiden das Fahren gelernt. Schon als Kind schwärmt man für Eisenbahnen und Straßenbahnen. Wenn man dann die Möglichkeit hat, im Alter sowas durchzuziehen, dann ist man halt happy. Heute ist der letzte Tag. Wir gehen noch beide auf die 80 zu. In dem Alter fährt normalerweise kein Mensch mehr eine Triebware. Lassen wir es dabei gut sein, ja. Irgendwann kommt immer eine Phase, wo man bis hier und nicht weiter. Und der ist im Moment bei uns angekommen, ja. Leider. Martin Schreider lässt sich die letzte Fahrt der beiden nicht entgehen. Der Mitarbeiter der rnv ist begeisterter Hobbyfilmer. Alte Triebwagen sind sein liebstes Motiv. Es ist ja toll, was da heute auch noch kommt. Zufälle mag er. Ein Freund ist dabei. Das ist schon okay, aber ich finde es etwas zu viel zu um das Auto da. Zu viel, ja. Das Auto stört halt. Fast wie früher, Andreas. 1017. Der historische Triebwagen, den er selbst gerne fährt. So kann er ihn auch mal von außen erleben. Toll. Wie früher, klasse. Das Geräusch, die Kurbel hat man sogar mal vorhin gehört, den Fahrschalter. Ja, also das ist einfach spitze. Was seine Aufnahmen angeht, ist er anspruchsvoll. Das Auto gehört halt dazu. Das ist, ja. Ist eine öffentliche Straße. Die Differenzen. Aber jetzt ist er schön im Bild. Jetzt müssen wir mal hören, ob er den Fahrschalter nicht hört. Ja? Flatt? Ich war auch immer voll. Aber das hat mehrmals geklappt. Okay. Jetzt das ganz andere Fahrgeräusch. Das Malen. Das ist dieselbe Stelle. Man hört es. Ein ganz anderes Fahrgeräusch. Eisenbahn ist ein Gesamteindruck. Ja. Da gehört auch die Fahrgeräusche dazu. Genauso wie das Bild oder das, was man optisch wahrnimmt. Man hat die Fahrgeräusche. Effenwelle an einem Bahnübergang. Warntöne, Pfeifsignale. Das hat man mit drauf. Und grad, wenn man es sich dann anzieht, dann entdeckt man im Nachhinein noch so vieles dann. Seit fast 30 Jahren filmt er an der Strecke. Er besitzt auch Aufnahmen von den einst längsten Straßenbahnen der Welt. Die Zwölfachser, von denen nur einer übrig geblieben ist, hat er auch gesteuert. Die Fahrzeuge sind sehr schnell ins Gleiden gekommen. Also ein paar Tropfen Regen. Da hat man wirklich Sand gebraucht zum Anhalten oder so. Bei den neuen Fahrzeugen, da ist der Soll-Wertgeber nach vorne fahren, nach hinten bremsen. Man hat da richtig mitgewirkt. Man hat also wirklich gespürt, was macht das Fahrzeug jetzt schon am Geräusch. Man hat also sofort gehört, oh, hm. Man hört jetzt, oh, der fängt an zu rutschen. Jetzt geb ich ein bisschen Sand dazu. Die in den Fahrschalter ein bisschen anders. Also man ist auch nach dem Gehör gefahren. Inzwischen sind Niederflurfahrzeuge Standard. Als 4a geht die Rhein-Hartbahn im Netz der RNV auf. Sie wird in Etappen modernisiert. Gerade sind die Masten fällig. Schau mal, die Jungs haben jetzt, wo sie jetzt dabei sind, wenn ich das richtig sehe, schon die Einspeiseschalter zu setzen. Wann denkst du, wann es da dann soweit ist? Die Kabel sollen im nächsten Monat eingezogen werden und dann gleich nachts direkt die Kabel hochgenommen. Weil das ja ein Mittelmast ist, da kann man die nicht da liegen lassen. So mancher Bahn-Fan bedauert, was hier geschieht. Diese alten Seitenmasten, Gittermasten sehen natürlich etwas nostalgischer aus. Die vorhandenen Masten können dieses zusätzliche Seil oder diesen zusätzlichen Draht, der da oben jetzt drauf gespannt wird, was man jetzt noch nicht sieht, können die nicht mehr von der Statik her halten. Deshalb ist es notwendig, dass wir hier neue Masten setzen. Das heißt, jetzt gilt es erstmal darum, wie so eine Art Halterung dort zu installieren. Und wenn die Halterung installiert ist, werden dort die Schalter und auch der Blitzschutz drauf installiert. Diese Modernisierung ist wichtig, da wir mit mehr Zügen fahren wollen. Das heißt, unter anderem ist es so, dass wir mit zwei aneinandergekoppelten Zügen fahren wollen. Das nennt sich Doppeltraktion. Und diese Doppeltraktion, diese Züge brauchen auch mehr Strom. Super! Letzten Endes geht es hier darum, mit Hilfe dieser Maßnahmen den Fortbestand der Strecke zu sichern. Wir wollen hier öfters fahren, wir wollen schneller fahren, wir wollen mehr Fahrgäste transportieren. Das ist wichtig in der heutigen Zeit. Und mit Hilfe dieser Maßnahmen bilden wir die Grundlage, um das technisch zu ermöglichen. Martin Schreider schätzt die Arbeit in einem fortschrittlichen Betrieb. Heute ist er als Verkehrsmeister mit dem Einsatzwagen unterwegs. Jeden Tag was Neues erleben, ja. Und gerade bei unseren Wechselschichten und verschiedenen Diensten an verschiedenen Orten, da hat man also auf jeden Fall keine Langeweile. Ja, der Funkwagen hört. Ja, fahrt nicht zu schön an der Weiche 991. Richtig, ich bin jetzt angekommen an der Weiche 991. Du könntest sie mal umlegen, dann kann ich mal schauen, ob ich irgendwas feststellen kann. Ein kleinen Moment, stellst du uns. Im Großen und Ganzen laufen die Weichen eigentlich ohne Probleme. Aber es kommt immer mal vor, dass durch schlechtes Wetter oder andere Einflüsse irgendwas mal in der Weiche drin ist, ein bisschen Schmutz reinkommt. Oder da hat sich durch den Wind eine Tüte in der Weiche verhangen, ja. Und dadurch war die Weiche quasi nicht in der Endlage. Also es sind auch mal ganz kleine Dinge, die man sehr schnell beheben kann. Da kommt gleich ein Zug von Bad Dürkheim, kann ich die Weiche wieder zurücklegen? Ja, und dann kannst du mir ja sagen, ob alles in Ordnung ist. Einen kleinen Moment bei dir raus, die Weiche läuft. Ja, wir sind draußen. Die Weiche ist bei mir in Endlage, so wie ich das sehe. Wie sieht es denn bei dir aus? Alles in Ordnung? Jawohl, es sieht gut aus, Störung, es wird nicht mehr angezeigt. Danke dir. Alles klar, bitteschön, ruhigen Dienst noch. Ein störungsfreier Betrieb ist vor allem wichtig, wenn der Chef Bahn fährt, was durchaus vorkommt. Dem Geschäftsführer der RNV liegt die Rhein-Hard-Bahn persönlich am Herzen. Ja, ich bin ja geboren und aufgewachsen entlang der Strecke, bin von hier aus auch direkt in die Schule gefahren, viele Hausaufgaben gemacht hier in der Rhein-Hard-Bahn, also viele Erinnerungen. Christian Volz glaubt an das Angebot, auch wenn der neue Expresszug zwischen Oggersheim und Bad Dürkheim bisher nicht viel schneller ist. Auf der Straße ist immer mehr los, parallel ist es auf den Autobahnen voll, nach Mannheim ist es recht voll. Und insofern ist es eine tolle Alternative mit der Rhein-Hard-Bahn in die Städte reinzufahren, aber auch im Freizeitverkehr. Und das ist schon ein sehr wichtiges Angebot für die Region, würde ich sagen. Ich denke, für die Schüler ist es auf jeden Fall unverzichtbar, für Pendler ist es einfach eine gute Alternative zum Auto. Und Rentner sind genauso anspruchsvolle Kunden wie andere und erwarten, dass wir schnell sind und häufig fahren, dass wir zuverlässig fahren. Und wenn wir das schaffen, dann kriegen wir auch die Senioren. Bei diesen Rentnern geht die Rechnung auf. Ich weiß, schnell oben, Bad Dürkheim. Und bei vielen können die Umwelt betrachten alles, alles betrachten außenrum, wenn man Auto nicht zieht, weil man kuchen muss. Vormittags ist die Bahn angenehm leer. Doch lohnt sich das? Wir fahren den ganzen Tag den gleichen Takt, das machen wir an anderer Stelle auch so im Streckennetz. Natürlich, auf die einzelne Fahrt gerechnet, lohnt sich das nicht. Aber ich denke, wenn man zwischendrin weniger fahren würde, dann würde man auch viele Kunden verlieren. Die Erwartung in der Öffentlichkeit ist einfach da und auch von der Politik ist sie da, dass der Nahverkehr ausgebaut wird. Und nicht nur als zwangsweise Alternative gesehen wird, sondern als richtig gute Alternative, die dem Auto überlegen ist. Es steigt ja auch das Umweltbewusstsein in der Bevölkerung und insofern gibt es sehr viele Wünsche und sehr viel Druck auf, dieses ökologische Angebot weiter auszubauen, häufiger zu fahren und mit schöneren, neueren Fahrzeugen zu fahren. Das haben wir uns fest vorgenommen. Bad Dürkheim. Bahnhof. Fahrtende. Bitte aussteigen. Entspannt ans Ziel und den Frühling genießen. Die Hart näht zum Wandern ein. Dabei begleitet einen die Gewissheit, dass dreimal in der Stunde eine Bahn kommt, die eine vielversprechende Zukunft hat, die Rhein-Hart-Bahn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017